14 Tage im Dreck, auch ohne Essen, das kann man schaffen. Alter, Leben ist so gut. Denk dran, was die Leute da draußen geschrieben haben, die gesagt haben, du gehst raus am Tag 2. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Rein in den ultradichten Mangroven-Sumpf. Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Das ist unser Moment. Ich glaube, das ist eine Trinkstelle für Tiere. Das sind richtig wilde Tiere, richtig große. Hab keine Angst, die Angst ist was Gutes. Wie machen wir in der Wolf-Angriff? So? Oder so? Ja! Bitte! Das ist eine Scheiße. Das ist so gefährlich hier lang. Der ganze Baumstamm unter mir ist morscht. Schumatra ist hier gerade schon einmal... Ich sehe was, was du nicht siehst. Oh shit, ich sehe es auch. Siehst du es? Ja, komplett zerfetzt hier. Das ist komplett voll fett. Und da lässt man die einmal alleine. Macht mir Sorgen. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Gerrit ist schon wieder hingefallen. Was? Genau. Sahih evaluations. ... Deinник. Dein.